Hey! Sie stehen auf meinem Fuß! Hey! Oskar! Oskar! Rico! Lassen Sie mich durch! Ich habe Durchfall! Ich habe Durchfall! Geht doch. Rico und Oskar sind zurück. Darf ich nochmal den Kalbstein sehen? Boah! Wunderschön. Mit einem neuen, spannenden Abenteuer. Und? Siehst du was? Glaub bloß nicht, dass du der Einzige bist, der sich für Steine interessiert, Overti. Das ist ein Einbrecher. Der Kalbstein ist weg! Das Geheimnis des gestohlenen Kalbsteins führt die beiden Detektive bis an die Ostsee. Das waren dann alle? Einen haben wir noch unter dem Tisch versteckt. Ha! Ist ein Ding, was? Ja. Wir treffen uns morgen. Morgen, 16 Uhr am FKK-Strand. Am FKK-Strand? Was machst du da? Na, Tarnung. Nacktfall, Mutter, lauter Nacken, viel weniger auf. Scheiße! Äh, hallo? Hallo. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Plan A. Rein ins Haus. Steine suchen. Und was ist eigentlich Plan B? Schreien und weglaufen. Ihr größtes Abenteuer. Das ist ja ganz wundervoll. Der Stein gehört mir. Und ich soll auf ihn aufpassen. Also gebt dem Jungen seinen Kuhstein wieder. Kalbstein. Oh! Ich bin auch reizgut! Rico, Oskar und der Diebstahlstein. Mach deine Mütze eigentlich automatisch schlau. Was? Und? Wie viel ist die Wurzel aus 18? Zahnen haben Wurzeln.